hey ich hänge irgendwie ich bin echt gut in diesem schnellen vorankommen ich pack mich nicht immer überall irgendwo fest das ist schon ganz in ordnung so also ich weiß gar nicht wo ich das jetzt einmal ausprobieren ich kann einmal ganz kurz nochmal wieder hoch um das da auszuprobieren weil ich ja gleich eigentlich den geist brauche und ich kann mir ja auch einmal einmal kann ich mir vorher durchlesen was es macht das wäre natürlich wenn ich da hinkommen würde irgendwie okay ganz besonders in altträume der wolfsmensch fällt in ein in eine wilde reiserei und verursacht beim unglücklichen feind bleibenden schaden unglückseligen feind wenn da wo warte die maus ist ein bisschen weg wenn der vollmond am himmel steht streift dieses monster durch die stadt dieses kostüm war wirklich schwer zu finden ich musste dafür ein kind durch die ganze stadt verfolgen okay will ich trotzdem mal ausprobieren warte ich wollte ausprobieren da könnte ich nicht hin egal ich glaube wir haben bestimmt noch genügend möglichkeiten ich werde gar kein monster suchen kann aber schon mal zum geist wechseln weil wir müssen jetzt erst mal ich und lucy retten und danach weiß ich nicht das ist die frage eigentlich können wir können wir nicht können wir da nicht durch auch durch die anderen können durch aber hier nicht kann ich ja theoretisch gesehen auch ein weißes mensch ne hab dich du bist dran irgendwie sieht er echt komisch aus irgendwie seltsam ganz seltsam und nochmal gut das war schon mal der eine das ging relativ schnell muss ich sagen ich glaube nicht dass ich so schnell vollkriege nice nice guck mal das heißt block auch geblockt so dann greifen wir ihn noch mal da mal an nice das war ein bisschen früh dann haben wir ihn da mit weg und mit ihnen hauen wir dann ihn weg aber nur wenn ich nice kriege was ich bekommen habe sie ja auch tanz irgendwie sein gesicht hey was soll der krach doch nix ich bin nicht sicher welcher knopf es war seine kuh haben den finger waren zu dick oh warte gott ja ja wenn man immer so geizig ist mit der luft ne dann verschluckt man sich auch dran ihr müsst die konsole dort drüben verwenden um die zellen zu öffnen ach ist das so super tasche oh hey ich weiß gar nicht mehr was ich gemacht habe ich kann das nicht mehr ich hatte in dieser zelle viel zeit drüber nachzudenken ohne eine revanche kommt ihr nicht hier raus okay und praktisch ich bin nicht auf eine revanche vorbereitet sag ich ja wann habe ich das letzte mal gespeichert ich weiß nicht warum er so komisch wird frag ihn das oh oh karten ah doppel dp jetzt habe ich das von den gleichen falschen benutzt nice 1500 gleich die hätte es auch anders sein sollen ähm aber zum glück haben wir uns das aufgehoben ich weiße jetzt ach ja nee gar nicht er ließ das ja mit seiner brille gut nicht gut er hat ihn eingefroren Dieses Monster. Nice. Viel zu früh. So. Dann X noch mal. Amazing. Amazing. Hayley ist betäubt. Chronoklos macht irgendwas Böses. Ich konnte blocken, obwohl ich betäubt bin. Das ist gut. Und so viel zieht er gerade auch nicht ab. Das ist auch schon gut. Nice. Auch wieder viel zu früh. Oh ne, ging voll. Oh, nächste Runde kann ich das erste Mal die Spezialattacke vom Wolfsmensch machen. Das ist cool, die will ich sehen. Nimm das. Mein Helm ist da. Block. Er zieht echt nicht so viel ab, ne? Das geht voll. Oh, kann ich doch noch nicht. Einmal noch. Amazing. Viel zu früh. Ne, nice. Hä, ist aber mal ein Böb gemacht. Das ist ein Böb gemacht. Nice. Nice. So. Ach, Hayley ist auch nicht mehr betäubt. Das heißt, wir können hier erstmal... Hayley. 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 Äh. Was? So, dann probieren wir das mal gleich aus. Ah, das sieht so komisch aus. Sein Kopf sieht irgendwie so... zu groß aus. Ja, da hätte ich auch Albträume bei dem Gesicht. Kann ich sogar... Was ist passiert? Wie viel habe ich ihn abgezogen? Warum hat er auf einmal so wenig? Warum habe ich vorher nicht drauf geachtet, wie viel ich ihn abgezogen habe? Also, dieser Gegner war jetzt eigentlich nicht so eine große Herausforderung bis jetzt. Das kommt wahrscheinlich noch. Wie die mal mit einem überleben. Nur damit die nicht explodieren. Jetzt. Nein. Wie habt ihr mich besiegt? Ich kann es nicht verstehen. Ah, tut mir leid. Ich bin enttäuscht. Taustäbe. Alle Helden tragen Spezialzeigen, um ausgewählte Helden, ausgewählte Helden zu nennen. Das erinnert mich an etwas. Jetzt müssen wir herausfinden, wo die Uhr ist. Wir haben gehört, wie die Graven-Wache mit jemandem vom Forschungslabor darüber geredet hat. Ja. Es ist auf der anderen Seite des Zentrums. Wir müssen dorthin, Kinder. Bevor sie sie reparieren. Warum stehen wir denn noch hier rum? Lasst uns gehen. Alle zusammen. Die beiden nehmen wir mit, weil sind die unnütz. Oh, die kommen wirklich mit. Wir können uns nicht mit dieser Wache anlegen. Ihr müsst sie erst aus dem Weg schaffen. Klar, wir. Warum die Erwachsenen was machen lassen? Kinderspiel. Zahnzentrum. So. Ich wollte gucken, was die neue Halloween-Karte war. Und zwar war das... Wo? Ich habe eigentlich ein paar ausgelassen anscheinend. Ja, wo ist sie? Irgendwas mit Stäbe hieß sie. Da ist es. Alle Helden tragen zur Spezialanzeige des Ausgewählten. Na. So. Ähm. Hey! Nein, ich habe mich daneben geschlagen. Nein. Nein, nein. Ich finde ihn irgendwie so cool. Weiß nicht. Ich mag ihn. Ich will sein extra bekommen. Ich muss jetzt viele Süßigkeiten kriegen. Und dann muss ich... ...meinen Dealer finden. Ich weiß, wo er ist. Ich gehe gleich nochmal zum Garten. Vielleicht hat er ja was für den. Wolfs. Mensch. Hm. Kind. Wo ist denn da? Keine Ahnung, wie ich ihn nennen soll. Ich meine, er ist ja zwar ein Wolfmensch, aber er ist ja auch noch ein Kitty, deswegen... ...ergerlicher Schmerz. Es sind alle vergiftet. Alle. Wirklich alle. Ich weiß nicht. Vergiften ist zwar immer schön und gut, aber irgendwie ist das immer nicht so... ...meins. Ich bin, ich glaube... Ich bin mehr dieser Durchschnittsspieler. Achte immer auf dieselben Sachen, die mir wichtig sind. So Damage. Und Damage. Und wenigstens ein Healer. Sonst nur Damage. Und halt Doppel-TP-Süßigkeiten. Halt will ich immer Bonus kriegen. Bonis an die Macht. Oh fuck. Das sieht scheiße aus. Theoretisch. Hätte er nicht nur einen. Gut. Haben wir einiges an Süßigkeiten bekommen und dann müssen wir einmal naschen. Ha! Dupps dran! Jetzt muss er mich suchen. So, der Magier. Der ist natürlich als erstes dran. Das ist natürlich total logisch. Doppelte Süßigkeiten. Immer. Gut. Jetzt bist er als erstes dran. Amazing. Und er macht ihn jetzt fertig. Wenn ich treffe. Tada! Natürlich habe ich getroffen. Woher kamen nur diese Zweifel? Nein! Nein! So, als nächstes. Ja. Die Wache. Es zieht auch immer ordentlich. Also, wie gesagt, ich bin froh, dass ich eigentlich nochmal losgelaufen bin, um mich zu suchen. Obwohl ich erst kurz überlegt habe, ob ich es einfach sein lasse und hoffe, dass ich ihm nochmal begegne. Aber ich meinte, ich hatte das bei 1 ja auch das Einhorn übersehen. Ein Kostüm muss ich immer übersehen. Und dafür muss ich natürlich zurücklaufen. Mache ich immer so. Das ist nur, um Zeit zu schinden. Damit es mir folgen werden. Könnte ich in die Länge ziehen, natürlich. Aber er ist noch gar nicht tot. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie hatte ich gerade im Kopf, dass er tot ist. Jetzt ist er aber tot. So, dann müssen wir noch einmal Süßigkeiten zu uns nehmen. Obwohl, ich wäre eigentlich auch bald beim Brunnen gewesen, aber... Geht mal voran. Wir müssen nochmal kurz einen Freund besuchen. Hey, bist du da sowas für den Wolfs? Lege die Jacke an, um den Wolfsmenschen mit jugendlichen Angriffen auszustatten, die mehr Schaden verursachen. Weil, uns ist ja allen bewusst, wenn jemand ein Wolfsmensch wird, dann sind das irgendwelche Sportler. Meistens Footballspieler. Pass auf dich auf. Also von der Highschool aus. Irgendwo anders. Ich kann nicht diskret sein, wenn ihr hier herumhängt. Also, ne? Es ist... Es haben alle genügend Sachen gesehen, um zu wissen, wie das funktioniert. Ich dachte erst, die laufen mir hinterher. Oh! Das war so nicht geplant. Oh, jetzt hat er auch noch eine Sammere auf. Ja, jetzt sieht er jetzt das... Okay. Der tut mir fast leid. Dann wollen wir mal gucken, wie viel stärker du geworden bist. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie stark er vorher war. So viel zu dem Thema. Na ja, das war's auch mit dem Magier. Ähm. Ah, die haben... Ich seh gerade, durch den Wolfsding haben die da immer noch so einen Schaden. Also diese Krallen-Dinger. Das war das, was Chronologo... Chronologo... Chronologos? Chronokulos? Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Ähm. Durchgehend hatte. Dün-dün-dün-dün-dün. Haha, guck mal, was er da hat. Fuller. So. Dann schleicht euch mal voran. Der muss auch noch weg, oder könnt ihr euch dahinter lang schleifen? Natürlich nicht. Ich bewege mich hier nicht. Los, Kinder. Vor. Die Erwachsenen sind so unnütz. So richtig, richtig, richtig unnütz. Naja. So ist das halt. Was soll man dagegen tun? Ich könnte eigentlich mal benutzen. Ja. Die Brille auch. Ah, es ist so... Ah, er winkt auch noch. Ja. Gut, und dann... Benutzen wir trotzdem nochmal. Das brauchen wir uns aber nicht nochmal angucken. Das ist so... Alter, er hat ein 300 abgezogen. Ist so krass. Das Jefferson ist so hart. Mein absolutes Lieblingskostüm. Das muss immer da sein. Ich glaube, ich muss gleich echt nochmal angreifen, weil ich gerade so schlecht dabei war. Ach, vier. Ehrlich? Ah, er ist ja verletzt. Haha. Wie gesagt... Er ist so krass. Ich liebe das. Erleuchtet da. Aha. Mhm. Okay. Ja, dann... Lass uns mal. Keine Angst, ich nehm schon den nächsten. Während ihr noch so tut, als würdet ihr helfen. Monster Prü... Glatt Prügelei. Keine Ahnung. Gut da drin. So, Magie. Dann... Nochmal. Stirb. Boah, er hat mit acht überlebt. Obwohl, ich glaube, acht wird ihn gleich abgezogen. Das heißt, hoffe ich. Ich gehe mal einfach davon aus. Alter. Ich liebe ihn. Er ist verletzt und somit nicht mehr vorhanden. So, dann kommt jetzt... wieder er dran mit seinem... Ich habe ein anderes Gefühl. Strick das heute mal viel zu früh. Aber das funktioniert irgendwie. Das ist in Ordnung. Ne, 86 glaube ich, wird ihn nicht abgezogen. Aber das war nice. So. Ah, den kriegen wir jetzt auch runter. Das war... Uh, nice. So, dann nochmal schnell du. Mein sehr geliebter Schiff. Amazing. Dann wäre es das auch. Gute Arbeit, Leute. Lass uns jetzt ins Forschungslabor gehen. Hä? Warte, die Tür ist doch... Ah, okay. Die Uhr muss irgendwo drinnen sein. Ihr müsst sie zurückholen, bevor sie herausfinden, wie man sie repariert. Stopp uns rein. Wir holen die Uhr. Aber ihr müsst hier draußen bleiben. Vorsichtig. Äh, ihr müsst hier draußen vorsichtig sein, Schnuggi. Danach nehme ich dich mit. Mein Sportwagen. Überall sind wachen, aber keine Angst. Wir düsen davon. Es sieht echt aus wie Sonnen. Keine Sorge, wir waren unter dem Brunnen auf euch. Viel Glück. Ach, unter dem... Ah, ich weiß jetzt, was die meinen. Mein Fehler. Alter. itter. Alter. 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 勒en. Alter. Alter. Alter.